Morgen. Ja, was soll ich sagen? Nachbar ganz angenehm, allerdings hat es angefangen zu regnen. Deswegen habe ich jetzt auch schon wieder den Regenschutz über meinen Rucksack. Concho ist auch schon bereit. Jetzt trinke ich noch schnell hier mein Frühstück zu Ende. Und dann muss ich voll weiter. Es hat zwar ein bisschen Schmerz, morgen aufzustehen, denn im warmen Schlafsack ist es ja deutlich angenehmer. Hier, schaut euch den Weg an. Richtig klasse Nacht. 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 Ich weiß nur, dass wir dann irgendwie ein bisschen weg. Ich weiß nicht, dass die Sonne rauskommt. 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 Gerade aus mir erkenne ich schon das nächste Zwischenziel, der sogenannte Holo-Turm. Denn im Moor gibt es den kleinen und großen Holo-See und dementsprechend heißt wahrscheinlich der Turm so. Ich weiß nicht, dass die Sonne rauskommt. 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 Ich weiß nicht, dass die Sonne rauskommt.